Liebe Freunde des Kopfbahnhofs, die Regie hat mir vier Minuten zugebilligt, um Ihnen zu erzählen, warum ich die christlich-demokratische Union nicht mehr wähle. Das ist genau die Zeit, in der ein Inner City Express im Hauptbahnhof Aufenthalt nimmt. Ich muss mich deshalb beeilen. Für Verspätungen war ich nämlich noch nie verantwortlich. Es würde eigentlich ein Satz genügen, warum die CDU nicht mehr wählbar ist. Weil die CDU für den schwächlichen Tiefbahnhof ist und gegen den leistungsstarken Kopfbahnhof, der pro Stunde weit mehr als 40 Züge aufnehmen kann. Aber es gibt noch andere wichtige Gründe. Durch die Wahl der CDU wurde Erwin Teufel 1991 Ministerpräsident und dann 1994 Mitbegründer des unsinnigen Immobilienprojekts Stuttgart 21. Außerdem hat er das Denkmalschutzgesetz zum Nachteil auch des Bonatsbahnhofs geändert. Durch die Wahl der christlich-demokratischen Union wurde Günther Oettinger 2005 Ministerpräsident. In diesem Amt hat er alsbald das bereits totgesagte Immobilienprojekt Stuttgart 21 mit einer 2 Milliarden Steuerspende wieder zum Leben erweckt. Damit hat für mich die Union den Zusatz demokratisch verloren. Ohne Wahl, er wurde noch nie gewählt, kam Stefan Mappus 2010 an die Macht. Er, Mappus, hat dem Ablauf von der Polizei zum Schwarzen Donnerstag nicht widersprochen und feige jegliche Mitverantwortung geleugnet. So wurde der schreckliche bundesweite Polizeieinsatz in Rambo-Manier durchgezogen und damit hat für mich die Union auch den Zusatz christlich verloren. Durch die Wahl der Union wurde Erwin Rommel 1974 Oberbürgermeister von Stuttgart und leider auch er Mitbegründer von Stuttgart 21. Und durch die Wahl der Union wurde Wolfgang Schuster 1997 Oberbürgermeister von Stuttgart und das war bisher die größte Panne. Interessant ist dennoch, dass wir ihn jetzt wahrscheinlich gegen Wampo-Mappo verteidigen müssen. Für den 27. März lautet daher meine Wahlempfehlung. Wenn Sie in die Wahlkabine gehen, machen Sie bitte kein schwarzes Kreuz. Machen Sie bitte kein gelbes Kreuz, sondern wählen Sie die richtige Farbe, die Sie überall auf den Ballonen hier sehen. Und kämpfen Sie bitte auch weiterhin mit großem Einsatz und großer Begeisterung dafür, dass der Stuttgarter Hauptbahnhof auch in Zukunft oben bleibt. sen. So etwas werden Sie im TatjИi aber in unsere Sü computers Vielen Dank.